Herzlich Willkommen Leute, ich habe gerade vergessen, Aufnahme-Knopf zu drücken, egal, war jetzt eine halbe Minute Und ihr habt Fabios Stimme nicht gehört Oh, Toni ist wieder aus, ich gerade Kannst nicht schlafen Und ich kann euch nicht joinen Der Prenz aber ganz schön schnell, du Habt ihr gehört? Ich kann beim Spiel nicht dabei drehen Ok Ist er auch, ist er ein Klopps PS-Drehung? Ne, ist er nicht Oh, er schläft denn, der könnte sagen, dass er doch schläft und seinen PC einfach anhat Ja Aber dann wäre er ja nicht, wäre er ja nicht auf Teams weggekommen Mhm Ja ja LOL LOL Ach, Mensch, ich habe meinen Ruhe Awesome So Ich nehme dann jetzt auch mal selber was auf Viel Spaß Hup User left your channel Hup 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 Ich bin einfach der grüße Sitz und an die Fächer. Äh, das war ich eigentlich. Oh lol, wiederbeleben, wiederbeleben, du bist gleich tot, du bist gleich tot, du bist gleich tot. Easy. Loll, ich hab ihn doch noch wiederbelebt. Oh, nein. Wiederbeleben, lol. Naja, das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon. Mann. Hab sich jetzt beide runtergeschopft. Fick dich. Oh, nein. What the fuck. What the fuck. Wiederhalt. Alter, schüttchen alle. Halt die Fresse, du kleiner Kopf, du. Ja. So, das ist aber letzte Sache, die wir aufnehmen, ne? Hier nach hab ich keinen Bock mehr. Ja. Alles klar. Jetzt kommen die Frenzacken. Tschüssi. Hey, J-Mos, ja, ich hab da. Oh, geil, hab ich gesniped. Hey, J-Mos. Hey, J-Mos. Hey, J-Mos. Gestorben. Wiederbeleben. Wiederbeleben. Oh, Leute. Bin tot. Bleiben wir schnell wiederbeleben. Leute, bist du wieder tot. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Leute. O-Pre refine- Daaaaa. Tja. Glaub ich weißt jetzt, wie ich die umbringe. Tja. Jak glad. Easy, wiederbeleben. B . Leck mich doch. Easy. So, hey, hey, das heißt, wir müssen jetzt ein Kind retten, oder was? Nein. Was machen wir uns jetzt, unser Auftrag, also rein storytechnisch? Wir sollen hier reingehen und das Magik holen, der Honk. Ach, Tatsache. Das hier. Oh, warte mal, das sind Liebe, oder? Ah, okay. Laufen wir jetzt einfach vor dem Weg. Warum? Da oben. Ah. Nein, du nicht. Der wird uns sowieso immer wieder töten. Kebab. Ah, Gunnar. Let's remove Kebab achievement. Nein, wir werden sterben. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Andieren. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Das ist Zitat Star Wars Episode 4. Also, nicht ganz Zitat, aber Ja, da wird ja bekommen, das wird schon drin vorgekommen sein. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann man da rein? Nö. Unser Kopf brennt, also. Unser Mädchen die ganze Zeit. Unser Kopf, ja. Ja, gut. Ach, jetzt kommen die beiden Tanten wieder. Oh, nö. Unser Kopf, ja. Nein, 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 nein. Ich drehe die Runden, okay? Unser Kopf, ja. Wiederbeleben. Mann! Danke, Gunnar, du frierst mich jedes Mal ein. Ja, ich dachte eigentlich, wir machen folgendes ab. Ich friere. Ja, genau. Genau, du frierst. Mich kaputt. Leben. Guck, der leuchtet schon mehr. Je mehr Schaden wir nämlich austeilen, desto mehr Schaden lässt er uns austeilen. Ah. Eingegen zu der Fee, weil die Fee ist langweilig. Töte ich ihn doch nicht gleich. Boah, ich hab keinen Bock. Gut, wird zu einfach ist. Ich hab keinen Bock auf Warnier. Also ich muss sagen, dieses Spiel ist eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe. Ja, das ist definitiv, tut man nicht schlecht. Ziemlich awesome. Das braucht man ein gutes Teamplay für. Das ist kreativ, das hat Variationen. Aber da gab es ja so eine schöne... Ah, jetzt geht es. Ach ja. Ach, Mensch. Boast Battle, hab ich gehört. Da kommt das Magik her. Ja, übrigens, wir müssen die gesamte Rede des Königs an hören, kriegen wir ein Schiff mit. Alles klar, das heißt, wir gucken uns das jetzt erst mal an. Erst mal WhatsApp gucken. Ja, ja. Willst du mit dem Parkett? Ich will jetzt. Die Wenden in der Katastrophe. Big Banner. Der Wiese. Die Fenster in der Westerstrade. Beboff und Ohti. Der Westerter. Wandermänen. Halt. Stopp. Rest in's Meer. Wacker. Der Plogen der Kuckwesterstrade. Fensinnen. Oh. Muss man eine Analyse schreiben? Das ist scheiße. Du bist der Anführer, du Honk. Die Schlamzosen. Auf. Dem Wesen. Und Hansinnen. Minimalen. Silte. Never Hemenstiller. Never Gronzergroster. Never Slavalinner. Mein ein never kleine Klotter. D'accord. D'accord. Spend sie Röntbotton. Maintenant, nous, allons. Die Schlammizosen Ach, jetzt geht es los Dona, das darfst du nicht einsetzen, wenn sie das mageln kann, ne? Ich hör dich nicht Das ist so laut Lass mich hören, du kannst mich nicht wiederbeleben, weil du den Zauber nicht mehr benutzen kannst Was ist das für ne Kacke? Ja, weil du auf sie geschossen hast, wenn sie das magick hatte Neue Taktik Neue Taktik Ok Okay Auf Und Auf Und Das war's für heute. Das war's für heute. Also die KI kommt wieder zurück. Oh, entschuldige. Du läufst voll, Mann. Egal, die KI kommt zurück. Wir konzentrieren uns mal auf diesen einen kleinen Magiker hier. Weil der ist scheißnervig. Ja, Gott. Oh, das wird ne Kacke. Alter, wie die mich einfach wegschnipen. Nein, 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 nein. Oh, ne. Okay. Das war's dann erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Okay. Komm, Leute, tot. Adios, Leute. Wir versuchen es doch mal. Wir müssen gerade das letzte Magik holen. Und letzte Folge haben wir hier gefailt. Oder wahrscheinlich gerade eben. Wir haben gerade eben hier gefailt. Oh, ups. Ich will meine. Äh, bitte nicht. Meine. Noi. Rescue me, please. Hey, scheiße, ich kann kein Blitz mehr machen. Also, das war mal einfacher. Oh, er ist Tornhaut. Wow. So, Moment. Äh, nee, Eis ist schlecht. Oh, sie ist im Witt nicht gegen Feuer. Äh, ich sterbe mal gerade. Nein. Did you just kill me? Oh, ja, feckte. Das war's. Oh, das was für die nächste Mal. Das war's für heute. Meine Maul. Sie ist, glaube ich, down. Jawoll! Ja, sie ist down! Jetzt müssen wir herausfinden, was effektiv gegen ihn ist. Loll, sie wird gestorben werden, ne? Ich hab's ja jetzt bekommen. So, gegen was ist er effektiv? Resistent. Na, super. Oh, läuft. Was ist mit dem? Gegen was ist der alles nicht resistent? Äh... Danke! Tod ist der resistent. Ja, gegen Eis auch und Feuer auch. Ich versuche jetzt nass zu machen. Ich hab's ja gespielt. Ich hab's ja gespielt. Ich hab's auf05er und es versucht, den Farbe hat. Okay, wir sind auf jeden Fall. Ich werde das nicht weg. Ich werde das nicht weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.